Heute sagen wir den Stirnfalten den Kampf an und zwar mit Botox. Hier sehen wir einmal eine Behandlung und zwar wird punktuell Botox in die komplette Stirn unterspritzt. Einfach, dass diese keine Falten mehr schlägt und man auch nicht mehr allzu streng aussieht, sondern schön glatt, aber immer noch natürlich und nicht wie maskenhaft. Diese Behandlung schmerzt auch nicht und dann können wir uns nach ein paar Sekunden von der Patientin zufrieden verabschieden. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017